hallo ihr lieben freunde willkommen zurück zu einer weiteren kleinen folge ja in der letzten folge haben wir endlich die werkstatt gebaut wir haben ein paar werkzeuge uns gecraftet jetzt würde ich sagen schnambulieren wir erst noch mal einen pilz und dann gehen wir ein paar kisten öffnen das wäre jetzt so nein wir müssen hierhin doch doch ich und meine orientierung sind in solchen spiel da haben wir noch ein komisches gebiet gefunden da müssen wir auf jeden fall auch noch hin weil ich würde sagen wir bauen jetzt erstmal ein bisschen aus wo die kisten sind wieder voll ja das ist schon der lockpick geht nicht gleich wieder kaputt und back oder feature back oder feature hallo cool wäre jetzt noch wenn das ganze holz und sowas wieder respawnen würde sagt gut das finde ich sehr gut das fortspielen okay wir wollten jetzt runter zum fluss weil ich gehofft habe dort noch ein wenig halbgut zu finden jetzt zur hütte zurück dass ich das auch den weg auch wieder finde im oberen bereich lag ja leider nichts sieht eigentlich mein inventar aus das lehren wir noch mal kurz vorher und dann jetzt andere sachen machen wir auch noch bevor wir loslegen aha danke das war ich ja natürlich die nägel brauche ich nicht das steckt noch sehr schön das steckt auch noch das steckt auch und dann kann ich den auch mal ablegen sehr ganz ehrlich ich hab lieber die wertvollen sachen einen driftwood wollen wir ja suchen das heißt das kann ruhig stacken und ab zum see runter wir müssen uns hier mal so eine schneise durchschlagen also so ein abgegranzter baum nur mal so bringt mir stickies ok war nur eine überlegung was denn da dürft wo draus kommt ich hab mich verjacht blöder vogel blöder vogel ok so ich würde sagen laufen wir hier einfach erstmal in die richtung vielleicht hätte ich ja das letzte maschine eingefunden ist in den hagen gelaufen aufgetreten also kriegen wir hier ein paar plätze finden wenn man auch erst so viel gefunden hat jetzt finde ich hier eine rote bete die ich so nicht essen kann ah das ist gut yeah fack ich gucke mir doch den bauplaner mal mit reinschmeißen ok nicht 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 hier nicht es liegt ich bin jetzt nicht nicht es ist aber ich will mal auch ob es hier auch jahreszeiten gibt das wäre auch mal interessant so dann bauen wir einfach mal ja nahrung könnte problematisch erst habe ich gesagt hast du hier viel aber entweder geht das laufen doch auf die nahrung unsere hüte okay so das brauchen wir Bowls Fireplanks Fireplanks ist wie gesagt kein problem Bowls habe ich drei da können wir ich brauche die ich brauche die Steelpipes machen wie war das ja Steelpipe verdammt 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 ich würde sagen wir gehen erstmal ein paar Fireplanks wir können natürlich auch ja noch früh am Tag in den anderen Turm gehen und die anderen Kisten nochmal öffnen wir hoffen vielleicht noch ein paar Pipes zu bekommen war das hier schon rum verdammt ich brauche einen Bogen ich brauche einen Bogen ich würde den Hasen das Fitt in die Ohren ziehen aha hier muss ich nämlich rum muss ich mich ein wenig höher ich brauche ich weiß wofür ich das Zeug brauche so da hin ich bin immer ein bisschen vorsichtig ah hier sind die Kisten auch wieder ok würde ich sagen nutzen wir erstmal unseren Lockpick ich würde dieses Rohr da haben verdammte Hacke das brauche ich da war was aber vielleicht habe ich ja genug da 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 so eine Kisten sind sehr schön ooo I'm 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 boah die blöde Pipe da noch kriege ey oder haben ey kann noch nicht angehen kommt man echt nie ran im in nach die loss okay wir haben durch력 mit einem noch nicht haben ein pilser ich werde ja mal immer der greifvogel in ruhe lassen wir gehen jetzt mal hier wieder rum zum untergang weiß ich nicht ob das die idee ist hier dann zu laufen aber ich brauche was zu futtern ich brauche was zu füttern ein paar pilze damit anfangen weiß ich noch nicht die kiste hier auch wieder gespornt dann nehmen wir die auch wieder mit die die nicht aber die und noch mehr holzen ok also die kisten scheinen tatsächlich nachzuspawen ich habe noch etwas gesehen da leuchtete was die kies brauchen wir auch gerade nicht die müssen wir uns noch holen holzen haben wir das steckt nicht was skandal das kann nicht stecken weil zu viel das kann aber noch stecken dann würde ich einfach sagen kann ich schon sleep ja es geht schon nächste tag tag 6 in unserer einsamen welthüte jetzt brauchen wir fire planks ganz ehrlich den Wald mal ein bisschen ausdünnen das kann nicht schaden okay die 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 der weil kein schlechtes gewissen sollte ich spiel erfolgreich kann es sein dass du nicht gefehlt werden möchtest du wöller baum wenn ich immer ein bisschen licht rein lassen aber nie kommst du nicht rein aber wie war das bei echo ja küche und dann muss ich den neuen storage bereich aufbauen wir können kochen green house metal plate what fireplank 24 what glue okay bestimmt hier kochen refill firetender okay aber haben wir mmmm das ist ja lecker food okay das fühlt also das heilbe leben da ich schon wieder auf wir können jetzt auf jeden fall die wieder in die metal pipe gucken wir mal was wir hierfür noch brauchen unser lagerhaus storage attic fire plank 28 nails gut nails ist kein problem aber fire plank alter alter das ist amtlich stickies brauchen wir jetzt also auch ich würde sagen aber kann man vielleicht in der zwischenzeit vielleicht irgendwelche besseren werkzeuge craften oder vielleicht mal irgendwie so ja rote beete und was könnte ich auch mal machen tools pickaxe ich weiß gar nicht wenn ich das machen kann und pass wäre auch nicht das schlechteste ölkanne es ist natürlich hier reinforce plank reinforce plank ah den brauche ich dafür ok da wollen wir noch irgendwelche komische mineralien deswegen haben wir wahrscheinlich auch die karte gefunden da sind wir sogar schon fast gewesen da ist auch so ein bereich ja mega ja deutlich ist es den kompass oder erst mal den den hier bauen die fireplanks und die nails ist eine frage der zeit bis man das hat wie sieht mein inventar aus ach genau rote rüben wollten wir noch kochen da hatten wir auch noch ein paar wir kochen jetzt erst mal und wickies brauchen wir auch aber kann die sogar kombinieren und dann fühlen die das und sie das ist natürlich mega gut und guck mal der macht dann würde ich sagen ja ich habe zu viel gedulden zu bekommen wir fällen jetzt erstmal ein paar bäume was passiert eigentlich wenn wir in den roten bereich reinkommen das würde mich interessieren ok das habe ich jetzt aber schon nicht gelesen hier geht es nicht mal auch mit kann sein dass ich jetzt zwischenzeitlich mal rücklaufen muss aber das ist ja clever gefangen habe ich erstmal wieder erst mal den Wald hier weg machen feuerplanke hier ist schon echt heftiger kann man nicht weg machen ausrad geht also auch nicht keine deutung tatsächlichen tasten nehmen ums ja ja ich stück noch ich bin immer zu ein bisschen laut Oh ja, das geht also wirklich, wenn da runterkommt, alter Schwede. Das geht auf die Ausdauer. Inventory Folie, oh nein, kann ich irgendwas heilen lassen? Eigentlich gar nichts. Brauche ich alles. Okay. Ich hoffe, dass ich noch irgendwas ins Inventar packen kann. Irgendwas. Ja, da kann ich noch was. Das brauchen wir. Eintöpfen. Ich würde das gerne noch schaffen. Wo muss der Campbell hier liegen? 23 Stück. Ah, da noch. 25. 26. Ein Baum noch. Ah, 26. Ein Baum müssen noch fehlen. Das kriegen wir noch hin. Hier. Kollege. Boah, das Nacht wird. Schneller. Ja, wir haben es. zurück. Ich habe es auch noch geschafft, diese Folge. Ich bin der Meisterbilder. Der Baumeister unter den Let's Playern hier. Ahem. Ja. Geht's mir nach. Ich brauche das Geld. Ähm. Schnellbeier. Und dafür kann ich noch einen. Das waren noch die Nails, ne? Ja, und jetzt bauen wir hier. Got it. Storage Boxen. Storage Boxen. Yeah. Okay, hier packen wir erstmal alles mit Holz rein. Hier packen wir alles mit Metall rein. Ne, die Food machen wir unten. Warte mal, ja. Das hier kommen so Ingredienzchen und sowas. Mineralien und. Ja, liebe Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und freue mich, dass du hier bis hierher durchgehalten hast. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge. bei Among Three. Lage. Ciao. Und legen wir jetzt schlafen. Bis demnächst. Tschüss.